ich lerne deutsch ich lerne deutsch ich lerne deutsch nummer 43 nummer 43 vergiss bitte nicht diesen kanal zu abonnieren glöm inte att prenumerera på den här kanalen hast du das bild selbst gemalt? hast du das bild selbst gemalt? hast du das bild selbst gemalt? ich habe mich verlaufen ich habe mich verlaufen ich trage meinen hund ich trage meinen hund ich habe zwei blaue stühle ich habe zwei blaue stühle mein hund legt seine pfoten auf meine schultern mein hund legt seine pfoten auf meine schultern mein hund legt seine tassar auf meine axlar ich gehe hier jeden morgen spazieren 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 ich spüre die sonne auf meinem gesicht ich spüre die sonne auf meinem gesicht ich spüre die sonne auf meinem gesicht ja schon so lange nicht ansieht möchtest du auch eine tasse Tee? möchtest du auch eine tasse Tee? möchtest du auch eine tasse Tee? willst du auch so einen Kopf Tee? heute mittag gibt es nur grünes gemüse 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 das fällt dir erst jetzt ein? das fällt dir erst jetzt ein? das fällt dir erst jetzt ein? du tänker på detta först nu? ein glas milch zwei eier und eine tasse mit untertasse ein glas milch zwei eier und eine tasse mit untertasse ein glas milch zwei eier und eine tasse mit untertasse ein glas milch zwei eier und eine tasse mit untertasse hier ist alles was ich für meinen Kaffee brauche hier ist alles was ich für meinen Kaffee brauche hier ist alles was ich für meinen Kaffee brauche her finns alt ja behöver für mit Kaffee der Baum ist tausend Jahre alt 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 Das Zimmer ist sehr klein. Ich habe goldene Sterne auf meinen Wangen. Ich habe goldene Sterne auf meinen Wangen. Heute gibt es Erdbeeren. Heute gibt es Erdbeeren. Ich genieße das Tee trinken. Ich genieße das Tee trinken. Ich genieße das Tee trinken. Ich denke, dass ich Tee trinken. Die Tulpen liegen auf einem Stapel mit Büchern. Die Tulpen liegen auf einem Stapel mit Büchern. Tulpen liegen auf einem Stapel mit Büchern. Tulpen liegen auf einem Stapel mit Büchern. Sie küssen sich nach der Trauung. Sie küssen sich nach der Trauung. Sie küssen sich nach der Trauung. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Hier kommen Repriser. Sophia trägt einen gelben Regenschutz. 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 Sophia läuft auf das Bett zu. Sophia springer nach der Saison. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin appliciert Tandcreme auf eine Zahnbürste. Der Vogel steht auf einem Bein. Der Vogel steht auf einem Bein. Der Vogel steht auf einem Bein. Vogel steht auf einem Bein. Ruby steht am Geländer und schaut nach unten. Ruby steht am Geländer und schaut nach unten. Abigail ist Erdbeerkuchen. Sie hat den Teller auf dem Schoß. Abigail isst Erdbeerkuchen. Sie hat den Teller auf dem Schoß. Abigail isst Erdbeerkuchen. Sie hat den Teller auf dem Schoß. Abigail ährte Jodgubstörter. Sie hat den Teller auf dem Schoß. Das Paar geht gemeinsam im Schnee spazieren. Das Paar geht gemeinsam im Schnee spazieren. Das Paar geht gemeinsam im Schnee spazieren. Paare taren Promenade tillsammans isnen. Olivia steckt die Süßigkeiten in ihren Mund. Olivia steckt die Süßigkeiten in ihren Mund. Olivia steckt die Süßigkeiten in ihren Mund. Olivia stoppar Godiset im Mund. Anna erklärt mir die Maschine. Anna erklärt mir die Maschine. Anna erklärt mir die Maschine. Anna förklarar maskinen för mig. Wir haben äpfelgepflückt. Wir haben äpfelgepflückt. Wir haben äpfelgepflückt. Wie plockade Äpplen? Wir haben äpfelgepflückt. Wir haben äpfelgepflückt. Der Hund hat eine Schleife im Haar. Der Hund hat eine Schleife im Haar. Hunden har en rosett i håret. Der junge fährt mit dem Fahrrad. Pojken cyklar. Hast du genug Brennholz für den Winter? Har du tillräckligt med ved för vintern? Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Jocken knappt werden da. Das Haus steht auf Pfählen. Das Haus steht auf Pfählen. Das Haus steht auf Pfählen. Hüsetst du r'popolar? Der Specht sitzt am Baumstamm. Der Specht sitzt am Baumstamm. Der Specht sitzt am Baumstamm. Hacksfetten sitter på Trädstammen. Georgia macht Papierblumen aus servietten. 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 Emma ist gelenkig. Emma ist gelenkig. Emma ist gelenkig. Emma ist gelenkig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like. Und gib uns ein Like. Und gib uns ein45. Oscu paragraph. нал Simple zu Cine. Ein 1. Neueskurs. Deine 4. Neueskurs. Deine 4.